Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Marktausblick für die kommende Woche. Ja, wir werfen wie immer jeden Samstag einen Blick auf den US-Dollar, auf Gold, auf den DAX, auf was weiß ich, auf fast alles. Schauen, dass wir uns ziemlich gut vorbereiten und auch mögliche Trade-Updates, aber auch mögliche Trade-Setups für die neue Woche werden wir hier uns auf jeden Fall anschauen. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass die Charts nicht wirklich laden. Irgendwie gibt es Probleme hier bei TradingView, keine Ahnung, was da los ist. Ich versuche es so gut wie möglich alles darzustellen. Gut, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, joint da gerne rein und gerne auch auf dem Zweitkanal vorbeischauen. Dort wird es immer mal wieder ein paar Shorts geben, beziehungsweise immer mal ein paar kleine Setups aus den Livestreams und sonstigen. Also da auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Gut, und damit jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch und zwar mit dem DXY, der sich diese Woche ordentlich erholt hat. Wir sehen es hier, wir sind bis auf 105 Punkte US-Dollar hochgeschossen. Erst einmal eine schöne impulsive Kerze hier gesehen. Wir sind jetzt hier in dieser grünen Box angelangt, wo jetzt erst einmal ein bisschen mit Widerstand gerechnet werden sollte. Deswegen gehe ich jetzt erst einmal davon aus, zumindest in den nächsten Tagen, dass wir hier nochmal so, oder halt im Laufe der neuen Woche, erst einmal nochmal so einen kleinen Rücksetzer kriegen. Zumindest hier in diesem Bereich der 103 Punkte oder 103 US-Dollar, je nachdem. Hier nochmal ein bisschen so diese Zone, wo wir vorher deutlich, deutlich Widerstand hatten auf Tagesschlusskursbasis, dass wir die einfach nochmal testen und der US-Dollar dann wirklich seine Erholung erst einmal ransetzt. Also ich sehe, 107 US-Dollar-Marke ist nicht wirklich unwahrscheinlich in den nächsten Wochen, beziehungsweise, ja, in den nächsten Wochen kann man schon eher sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt hier innerhalb von einer Woche hier hochbrettern. Es ist möglich, aber ich denke momentan zumindest sehr unwahrscheinlich. Deswegen gehe ich erst einmal davon aus, dass wir zumindest einen kurzen Rücksetzer sehen und dann die Erholung mit einem höheren Hoch über 105,64 erst einmal fortsetzen können. Das ist natürlich dann wieder so ein bisschen kontraproduktiv für die Kryptomärkte. Aber wir haben es auch zuletzt ein bisschen gesehen, trotz steigenden Dollar ist auch die Krypto weiterhin gestiegen. Also wir dürfen das jetzt auch nicht zu viel überbewerten, nur weil der Dollar jetzt extrem wieder ein bisschen steigt oder so, dass wir hier einen ordentlichen Rücksetzer sehen. Also das würde ich hier erst einmal nicht reininterpretieren. Wir haben auch einen RSI, der hier langsam so an den überkauften Bereich ankratzt. Deswegen würde hier so eine kleine Erholung oder ein kleiner Rücksetzer hier runter nicht gerade verkehrt werden. Würde natürlich auch bedeuten, wer jetzt ein bisschen hier wieder ins Pattern-Trading hier ein bisschen einsteigt, dass wir so ein kleines Inverse Head & Shoulders dann ausbilden könnten mit der Zielmarke eben hier unten, die 107 bis 108 US-Dollar-Marke. Also nicht unwahrscheinlich, dass wir hier nochmal so einen kleinen Touchpoint nach unten hin kriegen und dann eben die Erholung zumindest beim DXY fortsetzen. Und wir haben ja hier schon vor etwas längerer Zeit schon mal so ein kleines Fit-Level gezogen. Das müssen wir auch minimal anpassen. Da wäre so dieser Bereich längerfristig zwischen 109 und 110 US-Dollar ein schöner Zielbereich für das Golden Pocket hier oben, wo wir dann im Endeffekt ein tieferes Hoch bestätigen, um dann, sag ich mal, weiter abzuverkaufen. Denn im Endeffekt ist der Dollar einfach für den Arsch. Gut, gutes Schlusswort. Würde ich sagen, machen wir weiter mit dem S&P 500. Auch hier haben wir es leider nicht geschafft, hier hoch wenigstens nochmal in diese Box reinzukommen. Wir wurden weiterhin abverkauft. Muss man aber auch sagen, die traditionellen Märkte deutlich mehr abverkauft als Krypto. Klar, wir haben bei Krypto auch diese Woche eine rote Woche hinter uns oder befinden uns momentan in der roten Woche. Dafür aber SPX und sowas deutlich, deutlich mehr gelitten. Was man hier aber sagen muss, wir haben bisher oder knapp einen richtig schönen Retest. auf unser Falling Broadening Wedge hier erst einmal bekommen. Das heißt, wir haben auch hier eine Make-or-Break-Decision-Time beim S&P 500. Sollten wir jetzt hier uns verweilen, und darüber haben wir ja gesprochen, dass diese kleine grüne Box hier nochmal getestet werden könnte, auch aufgrund so ein kleines Gaps, was hier eben nochmal in den kleineren Timephrames vorliegt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir uns dann hier den Bounce holen und dann zumindest nochmal versuchen, hier oben eben die Box bei 4.210 Punkten anzulaufen. Also ich denke mal, dass wir nicht nochmal so eine rote Woche erleben. Die Vorzeichen diese Woche, es gab nicht wirklich viele signifikante News. Nächste Woche steht auch nicht wirklich viel an. Das können wir uns jetzt gerade mal, um das mal ein bisschen so umzuschützen, anschauen. Wir haben von Montag bis Mittwoch nicht wirklich wichtige Daten. Erst am Donnerstag kommt dann wieder so ein bisschen was aus den USA mit den Erstanträgen, mit den Folgeanträgen, mit der Produktion außerhalb der, also Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein interessanterer Punkt. Ansonsten tut sich hier wenig und dann blickt man nochmal ganz kurz auf den Freitag. Auch hier Einkaufsmanager-Index kommt hier, ich glaube Geschäftsklima-Index habe ich auch irgendwo gelesen. Genau, kommt dann auch noch am Freitag. Also ich sage mal, Donnerstag und Freitag sind eigentlich so die Hauptaugenmerke drauf gerichtet und die restlichen Tage tut sich hier ehrlich gesagt weniger. Hypotheken-Index würde ich jetzt auch mal nicht so hoch gewichten. Klar, Immobiliensektor ist einfach das, was früher oder später noch ein großer Kollaps werden könnte, wo ich aber jetzt momentan ein bisschen auf die Seite schiebe. Aber ihr wisst, ich bin da immer ein bisschen hinten dran, um das ein bisschen im Blick zu halten. Das heißt, momentan diese Woche Marktlage sehr, sehr ruhig, was die News anbelangt. Deswegen kann ich mir hier zumindest beim S&P 500 erst einmal zumindest eine kleine Erholung vorstellen. Wir zeichnen hier nochmal ganz kurz dieses neue CME Futures Gap ein, was wir hier eben haben. Das liegt hier bei eben 4.083 Punkten. Und wenn wir uns jetzt hier ein FIP-Level, das könnte sogar ungefähr hinhauen, genau, wenn wir uns das FIP-Level da oben noch hinlegen, haben wir so knapp das Golden Pocket eben auch in diesem Bereich. Das heißt, Erholung kurzfristig im Laufe der Woche kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns hier in dem Bereich der 4.083 Punkte noch einmal hinbewegen könnten. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit für einen Long-Impuls, aber da müssen wir erst mal gucken, wie wir am Montag dann auch bei den amerikanischen Börsen öffnen, bevor wir hier in den möglichen Long-Trade reingehen. Aber Ziel für diese Woche 4.083 Punkte, sollten wir hier rejected werden, könnte es sehr, sehr übel in den nächsten Wochen werden. Gut, dann rüber der Blick zum Nasdaq, der leider nicht geladen hat. Auch hier sehen wir, dass wir erst einmal eine kleine Rejection bekommen haben. Wir schauen mal ganz kurz hier von unserer Downtrend-Linie, wie sich das hier entwickelt hat. Also hier sind wir noch ein bisschen entfernt. Das heißt, der Nasdaq hat noch ein etwas größeres Potenzial, nach unten hin zu dampen, zumindest hier in die Region der 11.711-Punkte-Marke. Wir schauen uns das auch hier mal ganz kurz mit dem FIP-Level an. Also sorry, ich muss das hier alles jetzt live nochmal neu einzeichnen. Würde es so ungefähr das 0,5er FIP-Level bedeuten. Und wir haben auch hier ein kleines, sag ich mal, CMV Futures Gap in diesem Bereich. Würde auch sehr, sehr gut passen, dass wir nochmal minimal tiefer gehen. Genau das gleiche Spiel, was wir beim S&P 500 gerade hatten, dass wir unten diese kleine grüne Box haben. Die haben wir beim Nasdaq eben auch. Also das heißt, auch hier das mal im Blick behalten. Und dann eben im Laufe der Woche möglicherweise eine Erholung, um das CMV Futures Gap nach oben hin, sag ich mal, zufüllen. Das würde dann diesem Bereich hier oben um 12.400 Punkte bis 12.450 Punkte bedeuten. Und hier oben wird sich dann meines Erachtens entscheiden, war das jetzt wirklich nur eine Korrektur als Retest beim Nasdaq? Dann wiederum war es Bullish. Ansonsten kriegen wir hier die Rejection rein. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Haben wir hier ein tieferes Hoch gebildet und wir könnten zumindest weiter abverkauft werden. Also das mal im Blick behalten. Auch hier einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber ziehen wir mal hier das FIP-Level. Sehen wir auch, okay, 0,5er bis Golden Pocket würde hier liegen, wo eben unser CMV Futures Gap momentan nach jetzigem Stand einfach liegt und zumindest geretestet werden könnte. Gut, dann gehen wir rüber zum Dow Jones. Auch hier seht ihr kaum Bewegung. Ihr könnt euch aber hier dran erinnern, wer es die letzten Wochen immer wieder verfolgt hat. Diese Range gilt weiterhin. Wir haben momentan keine neuen Erkenntnisse hier. Wir sind aus unserem Falling Broadening Rage ausgebrochen. Ah, jetzt lädt es sogar. Perfekt. Okay, dann können wir das wieder ein bisschen löschen. Also ihr seht, es hat sich im Endeffekt wenigstens getan. Wir sind aus diesem Symmetrical Triangle nach unten hin ausgebrochen. Auch ein Daily Close darunter. Nicht wirklich Bullish. Die Zielmarke hier oben lassen wir jetzt mal weg. Haben wir leider, wie gesagt, wir sind nicht nach oben hin ausgebrochen. Deswegen können wir das erstmal beiseite lassen. Zielbereich nach unten hin wäre jetzt einfach hier diese Box bei 32.151 Punkte. Würde nochmal den Retest, den wir eigentlich schon mal hatten hier in diesem Bereich, bedeuten von unserem Falling Broadening Rage. Was es aber jetzt hier ein bisschen zu beachten gilt und da müssen wir jetzt mal ziemlich genau darauf achten. Wir machen mal das übergeordnete Golden Pocket weg und zwar kommt es hier ziemlich auf den Schlusskurs an. Ihr seht hier, wir haben unser Tief hier schon mal angetestet, sind auch kurz drunter gewickt, hatten aber noch ein Close da drüber. Das könnte jetzt sehr, sehr gefährlich werden für den Dow Jones, dass wir im Endeffekt jetzt in den nächsten Tagen oder zu Wochenstart eventuell drunter schließen. Dann hätten wir ein bestätigtes, tieferes Tief. Uns da nochmal erholen, dann wären wir wieder bei dem Punkt, wo wir beim Nasdaq und beim S&P 500 waren, dass wir uns im Endeffekt dann mal als Beispiel einfach hier auch in Richtung 0,5er bzw. bis ins Golden Pocket bewegen. Das Tiefere hoch bestätigen und dann weiter abverkauft werden. Und das Ziel wäre dann mindestens hier die 31.760 bis 32.100 Punkte Marke. Also momentan Märkte an sich nicht wirklich bullisch gestimmt, zumindest sieht es nicht wirklich bullisch aus momentan. Aber wir müssen uns auch vergewissern, wir haben noch kein tieferes Tief gebildet. Wir sind weiterhin zumindest beim Dow Jones in einer riesigen Seitwärtsphase. Daran hat sich nichts geändert, das sieht man jetzt hier ganz gut. Also im Endeffekt bewegen wir uns seit Wochen, da können wir wirklich Wochen sagen, seit 8. November, für manche beim Krypto, FTX Crash, da sind wir nach oben geballert, befinden wir uns jetzt hier seit vier Monaten in einer ziemlichen Seitwärtsphase zwischen 34.500 Punkten und nehmen jetzt einfach mal den Weg zu 32.500 Punkte. Solange wir hier kein Daily Close drunter sehen, ist das alles noch nicht zu dramatisch. Trotzdem sollten wir es auf jeden Fall in der nächsten Woche mal im Blick behalten, wie sich das hier weiter ausgibt. Gut, dann blicken wir rüber zu Gold. Auch hier hat sich der Trend nach unten hin verstärkt. Auch ein bisschen komisch, weil normalerweise Gold immer so ein bisschen als Hedge gemanagt wird. Trotzdem, wir haben auch darüber gesprochen, erst einmal deutlich, deutlich weiter runter. Unser Short hier oben wurde leider damals nicht abgeholt, aber so langsam wird es persönlich für mich, ich bin noch nicht in Gold physisch investiert, wird es ein bisschen interessanter für mich auch hier einzusteigen. Einerseits, wir haben RSI, der ziemlich weit unten ist. Der Abverkauf hat sich hier noch ein bisschen verstärkt. Aber ich bin immer noch so ein bisschen am Zweifeln. Also wir sind jetzt momentan bei 1.809 US-Dollar pro Finanze. Ob wir das Golden Pocket erreichen, das ist eben so die Frage. Ich tendiere eher hier unten erstmal aufs 0,5er, um dann physisch zumindest mal mit 50% von dem, was ich vorhabe, zu investieren. Und dann nochmal den größeren Batzen hier unten bei 1.750 bis 1.740. Ich glaube jetzt erstmal, dass es zumindest kurzfristig sinnvoll wäre, hier zumindest mal ganz kurz die Ineffizienzen möglicherweise sogar zu füllen, maximal bis 1.900 US-Dollar hier oben vorzustoßen. Das wird sich dann im Laufe der neuen Woche dann mal zeigen, würde auch sehr, sehr gut passen mit dem Golden Pocket, um einfach dieses tiefere Hoch auch zu bestätigen. Da hätten wir wieder die Korrelation mit den traditionellen Märkten auch, tieferes Hoch, Abwärtstrend bestätigen und dann erstmal Korrekturphase einleiten. Wäre meines Erachtens nach die nächste Möglichkeit, um hier möglicherweise einen Short zu eröffnen und dann weiterhin abzuverkaufen, bis runter eben hier in das Golden Pocket und dann mal zu gucken, wie eben die Reaktion hier unten ist. Entweder hält es oder wir schließen hier drüben noch eben diese ganzen Ineffizienzen, die wir ja auch noch liegen haben. Was sich momentan nach jetzigen Stand einfach nicht ausgeht, dass wir nochmal so tief erst einmal dampen, trotzdem die Zonen auf jeden Fall mal im Auge behalten, auch für mögliche Spotkäufe oder für mögliche Long-Positionen. Für mich aber das erste Ziel, erst einmal das Golden Pocket für die nächsten Wochen. Trotzdem diese Woche erst einmal vielleicht eine kleine Erholung, dass wir zumindest die Ineffizienzen füllen, das Golden Pocket testen, tieferes Hoch und dann die Abwärtsspirale erst einmal fortsetzen. Gut, dann kommen wir schon zum DAX und zwar hier wurde unser Short perfekt abgeholt. Ich habe gestern, letzte Woche gesagt, warte jetzt muss ich selber mal überlegen, 15.482, weil es eben nicht geladen hat, wäre perfekt für den Short, wurde abgeholt, auch Stop-Loss nicht getriggert, also alles perfekt. Ich habe auch schon von manchen die Zusendung bekommen, ja Short perfekt. Ich habe mittlerweile 25% rausgenommen aus dieser Position, weil wir eben hier dieses kleine Gap nochmal gefüllt haben. Wir sind auch hier nochmal in diese Zone reingeflischt, also sehr, sehr gut. Erst einmal Stop-Loss Entry, 25% rausgenommen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das hier weitergeht. Wir haben hier eine fette rote Candle, sehr, sehr gut möglich. Wir gucken hier mal ganz kurz auf die kleineren Timeframes, dass wir das zumindest nochmal auffüllen. Ihr seht auch hier, Gap wurde perfekt abgeholt, das war auch der Grund, warum ich jetzt dann erstmal 25% rausgenommen habe, dass wir auch hier zumindest eine kurzfristige Erholung sehen, genauso wie bei den traditionellen Märkten. Ziel würde dann liegen, huch, das wollte ich jetzt nicht, Ziel würde dann bei ungefähr 15.408 Punkte liegen. Das Gute ist, wir haben den Entry bei 15.483 Punkten. Das heißt, wir können den Stop-Loss jetzt hier wirklich safe auf Entry lassen, weil hier oben dann das 0786er Fibonacci Retracement Level liegt. Das heißt, hier sollten wir theoretisch, sollte die Abwärtsbewegung fortgesetzt werden, nicht ausgestoppt werden. Ganz im Gegenteil, wir würden hier eben nochmal dieses tiefere Hoch bekommen, einfach um den Abwärtstrend nochmal fortzusetzen. Und dann, sage ich mal, die nächste rote Candle nach unten hin weiterzukriegen. Also momentan DAX auf jeden Fall deutlich, deutlich short gerichtet. Nächste Support-Zone oder wichtige Support-Zone kommen dann erst hier unten in diesem Bereich ab. Ich sage jetzt mal 15.000 Punkte Marke, das ist so auch diese psychologisch wichtige Marke. 15.000 Punkte wäre dann wirklich das Ziel im Laufe der nächsten Tage, Wochen auf jeden Fall, dass wir hier die Abwärtsspirale fortsetzen und dann erst mal hier unten in die 15.000 Punkte Marke fortsetzen. Und so lange will ich den Short auf jeden Fall offen lassen. Außer es kommen natürlich irgendwelche bullischen News oder Sonstiges. Dann natürlich nicht. Dann war es das eigentlich schon darüber. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Dann würde ich sagen, blicken wir noch zum Schluss rüber zu Bitcoin. Auch hier seht ihr, Chart lädt einfach momentan nicht. Also sorry dafür. Aber vielleicht auch ganz clean, auch mal ganz gut. Ihr seht, der Trend ist kurzfristig auf den kleineren Timeframes erst einmal gebrochen. Auf den größeren Timeframes mit Schlusskurs haben wir auf jeden Fall noch Luft. Bis in die Region um 22.000 bis 21.900 US-Dollar. Das heißt, kurzfristig halte ich es auf jeden Fall noch für möglich, dass wir da noch runtergehen. Wir sind jetzt erst einmal hier am Golden Pocket gebounced. Zumindest traden wir hier darum. Die Frage ist, ob es wirklich halten wird. Das ist so eine Frage übers Wochenende. Sehe ich das immer ein bisschen kritisch. Trotzdem, bis 21.900 US-Dollar sind wir noch safe. Sollten wir einen Schlusskurs unter diesem Abtrend kriegen, beziehungsweise unter diesem Low bei 21.500, also das ist wirklich aller, allerletzte Grenze, sehe ich das Ganze bearish. Und wir gehen locker Richtung 18.000, 19.000 US-Dollar in der nächsten Zeit auf jeden Fall. Ansonsten, ich habe noch ein kleines Fractal für alle, die es noch nicht wirklich mitbekommen haben. Rausgesucht, das ist unser erstes All-Time-High-Fractal von dem letzten Bullrun. Hat uns auch den Weg gezeigt ins Golden Pocket. Demnach würde jetzt erstmal eine kleine Erholung folgen. Zumindest nochmal mit einem höheren Hoch bei 25.500. Ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Das schließe ich momentan nicht aus, wobei ich dann eher immer noch von 26.000 bis 26.600 ausgehe. Aber das wird sich dann zeigen, ob wir dann wirklich diesen Crash hier runterkriegen Richtung 17.000. Ich bin kein Hellseher. Trotzdem, wir sollten es einfach mal im Auge behalten. Ist nur momentan so eine kleine Spielerei. Ausschließen möchte ich es aber demnach noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für den Wochenausblick in dieser Woche. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, sollen wir irgendwas dazunehmen oder was sagt ihr generell zum ganzen Marktumfeld. Geht ihr der ganze Sache mit, was ich euch jetzt ein bisschen so aufgezeigt habe. Tieferes Hoch, dann weitere Korrektur. Oder sagt ihr, nee, nächste Woche auf jeden Fall bullisch eingestimmt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und auch dem Zweitkanal gerne folgen und ein Like da lassen. Gut, das war es von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.